Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Düsseltal. Das Objekt verfügt über einen Balkon und einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 65 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 950 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Das Objekt wird nicht الخleif. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Wohnung im Mieter werden nicht geschleif.